Jo Leute, hier ist euer KranCrafter und ja, YouTube spinnt, ist ein kleiner Hurensohn und alles mögliche und ich wollte ein Video hochladen und YouTube hat einfach 5 Minuten Black Screen vorne dran gepackt und ja, darauf hatte ich weniger Bock, hab's dann runtergeladen, wollte den Black Screen rausschneiden und dann war meine Video. Videodatei, wie sagt man, corrupted, also stand da. Auf jeden Fall ein bisschen ärgerlich und deshalb habt ihr jetzt gerade mein Intro gesehen und jo, vielen Dank nochmal an Leuchtelicht, sein Kanal ist in der Beschreibung und dann würde ich sagen, haut rein und wir sehen uns morgen wieder, bis dahin werde ich einfach die Videodatei wieder einigermaßen hinbiegen und jo, schönen Nikolaus morgen früh, haut rein, macht's gut, ciao.